Die Anthroposophie ist die größte esoterische Strömung Europas. Die Lehre des Hellseers und Okkultisten Rudolf Steiner ist die Grundlage erfolgreicher Privatschulen, Alternativmediziner, Biobauern und tausender Firmen. Doch das okkult-magische Weltbild der Anthroposophie ist ebenso unbekannt, wie es anti-aufklärerisch und wissenschaftsfeindlich ist. Und das ist gefährlich für unsere Gesellschaft. Besser hätte ich nicht sagen können, deswegen das Zitat von ihm. Ja, aber wenn ich jetzt an Rudolf Steiner und die Anthroposophie denke, denke ich ja erstmal so an Waldorfschulen, Waldorfkindergärten, an naturnahe Pädagogik. Das ist das erste, was mir jetzt irgendwie in den Kopf kommt. Aber was ist denn so gefährlich?